Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen wasserfesten Edding hier von den verschiedensten Oberflächen und vor allem auch aus solchen Kleidungsstücken hier wieder richtig rausbekommt, auch wenn die Flecken vielleicht schon ein paar Jahre drinnen sind. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Der größte Fein von einem Permanentmarker ist ganz klar Alkohol. Und Alkohol sind sehr viele Hausmittel bei dir zu Hause vorhanden, wo du es vielleicht selber noch nicht einmal weißt. Zum Beispiel Parfüm, Haarspray, Deo oder auch in einem Nagellackentferner. Wichtig hierbei ist nur, dass wirklich auch Alkohol enthalten sein muss. Es gibt natürlich auch Deos, wo extra draufsteht ohne Alkohol und damit funktioniert es natürlich nicht. Ich habe hier auf meinem Arbeitstisch, welcher eine relativ glatte Oberfläche hat, jetzt einmal drei solche Kreuze mit einem wasserfesten Edding gemacht und wie du sehen kannst, mit meinem Finger, ich kann ja drüber gehen. Das tut sich überhaupt nichts. Und jetzt schaue ich einmal, wie die verschiedenen Mittel wirklich wirken. Ganz links sprich jetzt einmal ganz normales Parfüm drauf und lasse das etwas einwirken. In der Mitte gebe ich einmal ein normales Haarspray noch drauf. Hier dasselbe etwas einwirken lassen. Und ganz rechts kommt jetzt ein spezieller Isopropanolreiniger zum Einsatz, welcher einfach 99,9% Alkohol ist. Und hiervon gebe ich auch einmal ganz vorsichtig ein paar Tröpfe auf dieses Kreuz drauf. Und jetzt warte ich einmal noch kurz ab. Ich habe jetzt mal circa 20 Sekunden einwirken lassen. Jetzt nehme ich mir solche ganz normalen Wattepads her und schaue einfach mal, wenn ich hier etwas reibe, wie gut das weg geht. Also links kann man sehen, bei dem Parfüm, es geht auf jeden Fall weg. Doch ich muss schon relativ viel Kraft aufwenden und müsste jetzt auch nochmal etwas nachspülen. Wobei das schaut relativ gut aus. Dasselbe probiere ich jetzt bei dem Haarspray auch aus. Hier muss ich auch ordentlich Druck drauf geben. Es geht auf jeden Fall schlechter als mit dem Parfüm, das kann ich gleich sagen. Und hier müsste ich jetzt wirklich aber etwas nachspülen und natürlich auch noch länger dran reiben. Zum Schluss noch mein Isopropanolreiniger. Hier kann ich auch relativ gut drüber gehen und es löst sich eigentlich schon sehr gut ab. Das Problem bei mir ist jetzt halt wirklich, dass hier einfach bei einem Tisch so kleine Kratzer noch drinnen sind. Und wenn es hier zum Beispiel mit einem normalen Wattepad nicht weiter geht, dann kann man immer noch so einen Schwamm zur Hilfe nehmen und etwas nachscheuern. Und somit sollte das Ganze jetzt auch schon schön weg sein, wie es bei mir der Fall ist. Bei speziellen Oberflächen, wie zum Beispiel einem Autolack, sollte man so einen Reiniger aber zuvor unbedingt an einer nicht sichtbaren Stelle einmal ausprobieren. Nicht, dass sich der Lack dann auch mit ablöst. Das wäre natürlich fatal. Wenn ich Eddingflecken jetzt auf ein Kleidungsstück, beziehungsweise wie bei mir hier auf ein Stofftuch habe, brauche ich am besten einmal eine Schüssel. Dann gebe ich diese verschmutzte Stelle in diese Schüssel hinein. Und nehme wieder meinen Isopropanolreiniger zur Hand und gebe jetzt mal ordentlich von diesem Reiniger schön auf diesen Fleck drauf. Das lasse ich jetzt alles einmal etwas einwirken. Und danach gehe ich zum Waschbecken und wasche das Ganze hier aus. Nach circa 5 Minuten einwirken kann man jetzt schon sehen, dass das Kreuz sich auf jeden Fall schon etwas verlaufen hat. Und jetzt am besten mal noch eine alte Zahnbürste, beziehungsweise auch irgendeinen alten Schwamm wieder zur Hand nehmen. Und einfach einmal im Alkoholbad noch dieses Kreuz etwas hier drinnen verweiben. Und danach kann ich es auch schon unter Wasser abspülen. Jetzt mache ich mal noch relativ warmes Wasser an. Und unter diesem fließenden Wasser gehe ich nochmal mit der Zahnbürste über meinen Fleck hier drüber. Also im Gegensatz zum Anfang schaut es auf jeden Fall schon um einiges besser aus. Doch wahrscheinlich werde ich jetzt noch den Vorgang mit dem Alkoholbaden dann immer mal wieder hier unter fließendem Wasser reinigen. Noch zwei, drei Mal machen müssen. Danach kommt mein Tuch in die ganz normale Wäsche. Wird also in die Waschmaschine gegeben. Dann sollte es fast wie neu ausschauen. Wenn du dir jetzt übrigens solche Wattepads hier oder einen Iso-Pro-Panolreiniger für zu Hause zulegen möchtest, was einfach das Allzweckreinigungsmittel überhaupt ist, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellung zum relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in dein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken. und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.